Die Props und das Geld Nur damit zu lernen, Wasser und Luft einmal um die Welt Ihr scheiß anti-amerikanischen Pisser! Hoffentlich seid ihr die nächsten Kameltreiber, die Busch zerbombt! Geht doch protestieren, ihr Hippies! Joel Banget hat scheiß Idee, was Videos angeht! Naja, also dieses Jahr ist nicht so doll mit den Weihnachtsfolgen Ehrlich gesagt fand ich die bis jetzt alle scheiße Die haben nichts mit Weihnachten zu tun und sind alles andere als komische Ey, ich hoffe, dass es noch besser wird, wa? Ey, der neue Kalender ist echt für'n Arsch! Das ist überhaupt nicht mehr witzig! Oh, wie toll, dass sich der Weihnachtsmann in seinen Kaffee wichst! Und die Sachen von Banget sind überhaupt nicht komisch! Echt schade, dass diese Zeit so schlecht geworden ist, ey! Banget ist die schwulste Kotzau der Welt! Naja, wenn die Flash-Movies schon großer Scheiß sind, Können sie doch wenigstens pünktlich erscheinen, oder nicht, hä? Äh, scheiß Balls, äh... Wenn jetzt nicht sofort die 14, 16 und 17 da sind, dann lösche ich die Seite von Platz 1 meiner Faves, ja? Ich wiederhole sofort! Das ist keine Bitte! Ich bin schwerst enttäuscht! Ich bin schwerst enttäuscht! Welcher Ball bis 30 hat Bock mich zu poppen? Bin 22 aus Friesland! Und zum Schluss noch ein freundliches Fick-Dich an alle Leute, die meinen, dass die Scheiß-Werbung, die sie in mein Gästebuch schreiben, irgendjemand interessiert! 2 1 1 2 2 1 1 3 2